Musik Heyo Leute und willkommen zu einer neuen Reihe hier auf unseren Kanälen. Ähm, ja, diese nennt sich FreaksLP vs. MindjustLP oder auch andersrum, ich weiß es nur nicht. Also, oder bei uns heißt es halt, oder bei Mindjust heißt es halt MindjustLP vs. FreaksLP, keine Ahnung. Ja, dabei ist der MindjustLP, ich bin gerade meine Kanone reingefallen. Ich auch. Fail. Ich muss auch mal wieder hoch, dass es mir jetzt schon zum vierten Mal passiert. Aber noch nicht in den Aufnahmen. Ja, und als erstes haben wir hier die Map Super Pirate Battle Royale genommen, weil wir uns halt mal gedacht haben, wir können ja hier mal so eine Versus-Reihe machen. Ist ja auch eigentlich ganz lustig, finde ich. Und dann würde ich mal sagen, wir starten dann, oder? Können wir tun. Ja gut, ähm, bei der Map geht es halt darum, dass wir hier, ähm, die ganzen, das hier so auffüllen müssen und damit dann, ähm, den Gegner sprengen müssen mit dem TNT. Also, äh, zum Beispiel Justin muss meine Kanone sprengen und ich muss seine Kanonen sprengen. Wenn wir alle Kanonen, ähm, gesprengt haben, ähm, ja, dann ist... Ich hab eine weniger. Oh, fuck. Ich hab eine Kanone weniger. Ich glaub, das war's dann für mich schon die erste Woche. Ich auch, ich hab auch schon eine Kanone weniger, scheiße. Wir sind so in den Wurz. Wir sind so ein Idioten, echt. Ich dachte gerade nur so, hä, wo fliegt das TNT? Hä? Ich hab noch eine wenige, bei mir geht das nicht. Loll, bei mir auch nicht. Loll. Kann sein, dass man den Ruhm zuerst drücken muss und dann den anderen. Nee. Hä? Ich versteh das nicht. Hä, du musst als Erd... Loll, warte mal, nochmal, das Ganze. Hast du auch nur noch zwei Kanonen? Ja. Hä, aber das ist doch richtig. So, das Ding ist jetzt voll. Dann loden wir das und loden das. Dann geht's jetzt... Hä? Ich hab jetzt nur noch eine Kanone. Ich weiß jetzt grad nicht. Pff. Hä? WTF? Hä? Okay, probieren wir jetzt noch die letzte Kanone und dann würde ich sagen... Ich probier's jetzt nochmal noch einmal. Ja, ich hab jetzt auch nur noch eine Kanone. Hä? Das geht nicht. Muss man die Map vielleicht auf der 1.4.7 spielen? Ich weiß es nun nicht. Und die geht gar nicht mehr in der Version? Ich hab keine Ahnung. Aber eigentlich müsste das doch gehen. Weil TNT... Das ist ja eigentlich das gleiche Prinzip. Oder wir sollten mal die ganzen Plugins runterhauen, würde ich mal sagen. Ja, letztes Mal haben wir es auch mit Plugins gezockt. Nee, aber nicht mit World Guard und World Edit. Da hatten wir nur Essentials drauf. Ich würde mal sagen, ähm... Ey cool, wir bekommen gar keinen Schaden durch TNT. Special League. Ich hab keine Kanone mehr. Jetzt müssen wir uns gegenseitig nur noch umkriegen. Das war's dann ja schon fast wieder die erste Runde. Justin. Jetzt müssen wir uns gegenseitig kennen. Ich würde mal sagen... Äh, wir sind jetzt dann nach einem kleinen Cut wieder, wenn hier dann alles mal... Komm, eine Runde machen wir jetzt zu Ende. Jetzt müssen wir uns auch noch killen. Okay. Danach machen wir dann mal so einen kleinen... ...kleinen Cut und probieren dann nochmal aus, wie das irgendwie... Ich bin echt so gut. ...dass wir das dann richtig mal machen. Ich weiß auch nicht, hä, was ist denn das, ey? Wir machen ja so alles kaputt, ey. Fick dich, fick dich, fick dich, du Wohre. Wohre. Ja genau, jetzt auch meine Taktik klauen, du alles Arsch, ey. Du alles Arsch. Nix. Nix mit Taktik klauen hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, Luft klauen. Scheiße. Fuck. Okay, Justin hat die erste Runde gewonnen und dann würde ich sagen, wir sehen uns nach einem kleinen Cut wieder, wenn das hier dann weitergeht. Bis gleich. Ja, bis gleich. So, da sind wir wieder zurück bei der nächsten Runde und wir haben gerade vorher nochmal getestet. Wir haben jetzt alle Plugins einfach runtergeschmissen von unserem Server. und jetzt geht's anscheinend, keine Ahnung, welches Plugin das verursacht hat. Ist ja auch ziemlich egal. Dann nehmen wir jetzt mal hier, ich bin noch im Creative Mod, fällt mir auf. Ich muss noch einen kurzen Creative ausmachen und ich habe jetzt nichts zu essen, ist ja auch egal. Gut, ähm, obwohl ich gebe mir einmal kurz was zu essen. So, einmal Steak hier. So, Game of Null. What the fuck? Ist schon was kaputt? Ja, aber nicht meine Kanone. Schade. Ah, da kam er von dem Justin hier gleich wieder was rüber geflogen. So, jetzt machen wir mal seine Kanone hier im Arsch. In Barsch. So, zack, zack. Da ist noch mehr kaputt bei dir? Ich habe es gehört. Und es hat Boom gemacht. Ja, da hat es Boom gemacht. Wtf. Wieso hat das jetzt nicht gezündet? Aha, ganz knapp vor deiner Kanone, du, äh, hochgegangen. Warte, das machen wir lieber nicht. Ja, so. Wieso hat das denn jetzt nicht gezündet? Lol, wieso zündet denn das jetzt nicht? Lol, bei mir zündet die eine Kanone einfach nicht. Hä? What the? Oh, hier fehlt eine Whetstone-Spur. Warte mal. Ich mach da... Hast du da was kaputtgeschlagen? Ja, ich glaub schon. Ich pack's dir mal eben kurz da wieder hin, so. Mann, lol, ey. So, und jetzt gibt's hier richtiges fettes Bum-Bum. Die Luft expriert. Ich stehe da. Du hast meinen Zaun kaputt gemacht. Ja, hab ich gesehen. Der Zaun auf einmal weg da oben. Hast einfach mal meinen Zaun kaputt gemacht, Junge. Lol, die hier ist auch voll schon im Arsch, ey. Ja, die andere Seite da, ne? Ja, aber die Kanone funktioniert noch. Hab ich das... Oh, guck mal, ich hab bei deiner Kanone getroffen. Bei welcher? Die daneben. Die funktioniert, ähm... Der Knopf ist weg. Doch, ich hab einen Knopf noch. Die funktioniert noch. Brauchst du jetzt eiskalt wieder hin? Ja. Ist ja nicht verboten, wa? Keine Ahnung, ich kenn die Regeln, um ehrlich zu sein, nicht auswendig. Ich glaub, es gibt keine Regeln hierfür. So. Noch ziemlich Rain. Jetzt mach ich nämlich... Dein... So. Oh. Hast du den Schuss von mir gesehen? Okay, die fliegt nicht mehr so vernünftig. Hast du den Schuss von meiner gesehen gerade? Ja, die ist auch ins Wasser gefallen, oder? Ja, die ist dann mit 10 Blöcken geflogen und dann ins Wasser. Die ging schon weiter, aber die war viel zu hoch. Hast du den bei dir explodieren lassen, oder was? Nein. Scheiße. Oh, toll, jetzt darf ich die abbauen. Hab dich das dahinter gefallen? Oh, komm, ey. Guck mal. Was ist denn passiert? Hinter dir ist was explodiert. Boah. Justin, ey. Ich hätte noch ein Stück weiter schießen müssen, dann hätte ich dich schon gekillt. Dann war das ja die zweite Runde für mich. Ne, Quatsch. Guck mal. Geschenk für dich. Und? Alter, ey, das ist doch... Die kommen alle gar nicht bei den Schiffen an, kann das sein? Nö. Bei mir zumindest deine nicht. Ne, meine ich ja. Die fliegen zu hoch. Ich glaub, da muss ich mal weniger nehmen, warte mal. Oh, 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 oh. Nehmen wir mal weniger TNT, würde ich sagen. Nehmen wir mal so. Alter, ich hab grad irgendwie vollen Frame einbruchst. So, jetzt geht's wieder. So, jetzt treff ich dich hoffentlich. Komm, fuck. Hab ich getroffen? Ne. Fast. Wir haben beide nicht getroffen. War das dicht? Dann nehmen wir mal einen mehr. Auf beiden Seiten, so. Dann machen wir hier nochmal einmal. Und zack, zack. Oh, fuck. Der war ja mal voll Fail. Ach so, ich hab grad gedacht, ich hätte... Wieso, wo hat denn der hingetroffen? Der hat irgendwie zehn Blöcke von deinem Schiff entfernt gemacht. Da ist er schon hochgegangen. Da hast du ein bisschen zu spät gedrückt. Ja, komm. Okay, der war genau so dämlich. Hat der was getroffen, ne, oder? Der war bei dir. Ne, der war bei dir. Hm? Ne, da ist nichts. Oh. Ich hab den nächsten Stack hinter dir alle. Ich hab jetzt schon zwei... Oh. Zwei Stacks verbaut. Das Lustigste ist, ich noch nicht mal. Aber an mir wird automatisch nachgefüllt, weil ich Inf-Tweaks drin hab. Ja, ich hab immer nur ein Stack rausgenommen, deswegen. So, ne, ich hab einen zweiten Stack. Bam! Da hab ich bei dir die Leiter komplett zerstört. Und die Kanone auch. Boah, der war knapp. Muss ich ehrlich zugeben, der war knapp. Äh, welche Kon... Hä, hier ist keine Kanone kaputt. Die, die ich davor schon mal getroffen hab. Guck mal, da wo die Leiter war. Da ist jetzt gar nichts mehr von der Leiter übrig. Ups. Scheiß. Und da ist jetzt gar nichts mehr von der Leiter übrig. Oh, da hab ich, glaub ich, schon wieder was von dir kaputt gemacht. Nö, glaub ich nicht. Doch, ich glaub ein paar Wörter sind. Obwohl, geht der... Scheiße. Fuck. Ich muss ja erst mal wieder hoch, ey. So, ich glaub die... Ich weiß nicht, ob die noch geht. Keine Ahnung. Ich probier gleich mal. Ich weiß auch nicht, ob die noch geht. Ich frag mich, warum ich bei dir irgendwie die ganze Zeit nicht treffe. Du musst, äh, gucken, wann du, ähm... Den roten Knopf drückst. Aua, ich hab getroffen. Hab ich ne Kanone kaputt gemacht? Nee, glaub nicht. Ach, schade. Oder? Warte, warte, warte. Nee. Du hast ganz genau zwischen den beiden Kanonen getroffen. Nein! 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 Fuck! Was denn? Hast du eine Kanone weniger? Oh, und da hab ich die zweite Runde auch schon gewonnen. Das ist auch immer schön zu sehen. Da hab ich die zweite Runde auch gewonnen, ey. Guck dir mal, komm mal rüber zu mir, bitte. Komm mal rüber geflogen. Das hab ich grad mit einem TNT ausgelöst. Hattest du irgendwie... Ja, ich hab... Warte. Da hattest du einen beiden Kanon TNT oder was? Nein, nur in einer. Pass auf, warte. Ich zeig dir mal, wie ich das gemacht hab. Hat das hier voll? Na, ja, die hier hatte ich voll. Pass auf. Guck, ich hab das so gemacht. Ich hab die voll geladen. So. Hab dann so gedrückt. Wollte hier noch einen reinmachen. Hab hier auch noch einen hingemacht. Hab so gedrückt. Und dann... Ist der passiert. Ja, da war es die zweite Runde, die ich gewonnen habe. Okay. Ach, scheiße, ey. Also, äh, fürs, äh, Ende bin ich, äh, schon der Gewinner. Weil wir drei Runden hier machen. Ja, stimmt, eigentlich. Aber eine können wir noch zocken. Komm, eine machen wir noch. Wir machen noch eine hier so. Drei Runden machen wir dann immer und dann passt das. Ich würd mal sagen, das können wir jetzt hier mal live in der Aufnahme machen. Einfach die nochmal neu draufladen. Ja, wieder Hersteller-Backup. Ne, wir machen... Wir bauen jetzt alles eiskalt per Hand wieder auf, ne? Ja, machen wir auch. Ey, ich bau das jetzt hier eiskalt per Hand wieder auf. Das machen wir aber. Wenn wir die Aufnahme gestoppt haben, dann, äh, bauen wir alles... Hand wieder auf und dann machen wir weiter. Ja, klar. Was meinst du denn? Ja, und der Pro-Nitrado-Server brauchen wir wieder, weiß ich nicht, wie lange zum Neustart. Ja, wie immer, ne? So muss das sein? Obwohl, er sollte jetzt wieder on sein. So. Ähm, ja, passt doch. So, gut. Und dann können wir ja schon anfangen, hier gleich... Kommst du drauf? So. Gleich hier wieder das nächste Spiel zu spielen. Dann geht das nämlich jetzt hier los. So, bereit. Für die nächste Runde. Ja. Okay, gut. Scheiße. Fast getroffen, ey. Aua. Oh, da habe ich schon was getroffen. Die Leiter habe ich aber nur kaputt gemacht, leider. Fuck. Fuck, fuck. Glück, ey. Was denn? Wenn ich jetzt gedrückt hätte, hätte ich es fast kaputt gekriegt, ey. Schon wieder? Mhm. Du musst dir merken, wenn du einen Knopf drückst, dann... Ah! Da habe ich alle drei Runde... Justin, du hast direkt meins getroffen. Lol. Du hast direkt in mein Gesicht getroffen. Spaß. Du musst zugeben, der Schiff ist doch geil. Der Schiff ist doch echt geil. Ja, toll. Da habe ich mal wieder gar keine Runde gewonnen, Justin. Ja, da habe ich alle drei gewonnen. Alle drei gewonnen. Aber dann sind wir uns bei der nächsten Battlekarte, wenn es wieder heißt Freaks IP versus Mindjust IP oder andersrum. Ach, die letzte Runde war... Der Schiff ist voll in mein Face. Ich schieße einmal, ey. Das haben wir auch noch nicht geschafft. Wir haben die Map ja schon mal gezockt. Da haben wir es auch nicht geschafft, einen direkt zu killen. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge, bei der nächsten Battlemap. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Jo, tschau Leute.